Hi, hier ist ein André. Sorry, dass ich kaum Videos mache, aber von dem Spiel Agario bin ich so was von süchtig geworden. Momentan führe ich wieder, bleibt bestimmt wieder nicht lange. Momentan ist aber leider das Problem, wenn man die Nummer 1 ist, auch wenn manchmal nur kurzfristig, ist man einfach zu langsam. Okay, ich muss leider diese Woche ein bisschen mehr spielen. Ich weiß auch nicht warum. Sorry. So, 5 Minuten später bin ich nochmal richtig fett geworden. Habe jetzt einen Punktescore von 11.822, bin noch die Nummer 1. Aber man wird sowas von langsam, also man schläft schon halb ein. Okay. Okay. Vielen Dank.